Bro, Owners sind zwischen 50 Millionen und 100 Millionen Leute. Holy shit. Holy shit. Valorant hat 6 Millionen am Tag? No way. Hat Valorant Triple Play Count? Holy shit. Und trotzdem juckt sich keiner für das Game? Wow. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Holy shit. Bro, crazy. Das ist tatsächlich kein Juck trotzdem. Das ist wirklich verrückt. Und jetzt kommt der funny Part. Hey, damn. Nice. 60. Holy shit. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.